Guten Morgen zusammen! Ich hoffe, ihr seid alle wach. Seid ihr drauf? Ja, normal Spanisch mit der Heidi. Heidi ist leider krank. Liebe Grüße von ihr oder so. Gute Besserung von uns allen. Aber ich habe natürlich Satz dabei. Da heute sehr viele holländische Freunde von uns aus den Niederlangen da sind, und die der deutschen Sprache nicht so ganz mächtig sind, wenn sie eigentlich Kirschen trinken können, habe ich den Alphons Henning Kraunmacher hier. Von den Hönnern, den hab ich mal so, der hilft mir jetzt, das Ganze für die niederländischen Musikfreunde mal den klarzumachen, was wir wollen. Na, das sind die von den niederländischen Gästen. Hartelijk willkommen! Und, äh... Heidi ist von der Achträng. Sie ist, äh... Äh... Sie hat nicht gesoppen, es ist unerkrank. Einmal dicken Applaus und fettes Dankeschön an Alphons Henning, Krautmacher für seine Übersetzung. Herzlich willkommen, Kurkoki! Weiter, weiter, weiter! Das ist doch zu leise! Noch mal krass hier! Kurkoki! 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 Warnein Kurkoki! Machos Henning Schleif Grokoki! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.